damit wieder eine recht herzlich willkommen hier zurück zu die riftbreaker schön dass ihr wieder eingeschaltet habt das freut mich sehr wir sind wieder am start letzten part haben wir die verteidigung vollendet und sich die beste reicht aber ich habe jetzt alles noch mal geupgradet lücken gefüllt sollte jetzt halten als erstes machen wir erst mal die chest dachte ich mir mal sie kommen aus innerhalb der base wir einfach aus innerhalb der base ein bisschen ist wirklich jetzt ok machen wir hier noch ein reparatur drum hin das ist ja nur so zur sicherheit brauche ich gar nicht da sind zwei alles cool ok was gab es in der loot chest und da bauen wir endlich mal die palladium dinge auf mhm gut ich habe gerade gesehen wir haben da noch ein nest das nest müsste ich vielleicht vorher auch noch machen kicken wir mal wenn ich da irgendwie durchkomme mhm fläckchen ja mal ein paar platten hin wenn ich da hin komme da muss ich mir aber ganz schön vorkommen hier ich bin mir auf dem sack weg mit euch wie ein stingern Könnte ich aber lange mal wieder auf meine Invention achten Okay, fast da Okay, da hat es mir gerade eine kleine Einstellung zerschossen Ich konnte es mal fixen, bin aber wieder da Oh, hier habe ich noch nie so einen verstört Oh, und keine Munizierung mehr, das hat er gerade so gereicht So Mal ein bisschen safe room Okay, dann können wir uns jetzt endlich mal um die Palladin-Dinger, damit wir endlich mal Palladin abbauen Für seltene Rohstoffe Geht's los Bisschen Energie haben wir noch über Und so, fast Ich lege, ob ich die Dinger dann noch upgrade habe Ich glaube, das brauchen wir nicht Ironium Storage ist voll Build more Storage Facilities Gucken wir, was uns das gleich an Strom kostet Hm, ist das doof hier Dann machen wir es so Hm, von oben links und unten links Okay, ja, da müssen wir ja relativ gut geschützt sein Oh, da war keiner mehr Aber hier haben wir noch Palladium Okay Damit sollte ich alle abgedeckt haben, oder? Jo Dem haben wir angefangen Die Dinger waren ewig Gut, bereite dich auf den feindlichen Angriff vor Das machen wir 10.000 Ja, da können wir die eigentlich upgraden, oder? Ja, komm Dann upgraden wir die Donner schnell ab Den Strom müssten wir eigentlich haben Oh, ja, warte, warte, warte Hier war es auch noch Palladium Ja, 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 ich weiß Ja, ja, ich weiß Ich weiß, ich weiß, ich weiß So So, Palladium fließt in Strömen Und wir werden angewiesen Dann geht's los Das ist jetzt nicht so spektakulär Wo denn Oh, da unten Oh, da unten Oh, kein Ding Pink King Machen wir hier noch Wettling drum hin So, das war schon Das war ja easy Ja, nur noch auf Palladium warten Wenn er auch noch was Und sich einsammeln kann Ja, ein bisschen Oh, hier ist noch ein Geothermalkraftwerk Boah, brauchen wir das jetzt unbedingt 500 Strom über? Ne Oh, nicht Okay Palladium fließt, fließt, fließt Vielleicht fließt es noch schon Wenn das hier geupgradet wurde Muss ich sagen Aber schon 40% erreicht Oh, keine Forschung ausgewählt Ups, das muss man erinnern Den Laser wollte ich mal ausprobieren Oh, schon, schon Ey, was war denn das? Nicht richtig erwischt Blasmap, Plasmakanone Leidengewehr Zeitverzerrung Laserton Laser Den Laser-Ton mache ich ganz nach oben Und den Laser hätte ich auch bitte gerne ganz nach oben Und vielleicht ist er sogar noch geiler als die Minigun Railgun Railgun Okay Laser Wo bist du denn? Plasma Laser Energieschauen Ja, müssen wir uns angucken, wenn wir den Besseren haben Willig Den Nützt ja auch niemanden was So, wir könnten jetzt noch mehr erkunden Wir schließen da noch das Palladium mit ein Uranium Storage ist voll Build more Storage facilities Carb wird auf mind Half of the Palladium But we need to finish constructing the hyper particle condenser for the rift station I am detecting increased activity amongst the local farmer The attacks against our outposts are increasing in strength and numbers We should build up more advanced defensive towers to protect our base Acidic yeast is also creeping up from all directions This area is very rich in resources So we can establish additional mining bases if we need to expand our economy Yep Yep So So Looks safe So 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 Die Fog ist weg. Base efficiency ist zurück zu normal. Dann schließen wir das Balladium schnell mit ein. Ob wir hier ein autarkes Teil hinkriegen? Wahrscheinlich nicht. Das war die Lippen. So, wohl. So. 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 Verteidigungsforschung, Außenposten, das machen wir ja gerade. Maladium kriegen wir auch gut rein, das sieht gut aus. So, das sollte mehr als ausreichend sein. Ich mach hier mal schnell ein Törchen hin. Ja, wie hast du? Und dann geht's in 35 Sekunden los. Ist der Radar immer noch nicht fertig? Doch. Muss nochmal upgraden. Strom. Ich brauch ein bisschen Strom. Das hört mir grad mal so auf. Dann machen wir halt hier noch ein bisschen Strom hin. So soll ja nicht viel sein. So machen wir auch wieder ein Plus. So, wo kommen sie? Von links. Gucken wir uns mal an, was hier kommt. Wenn der Radar geht, dann geht's. Z. 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 Die Basis ist unterteckend. Parbonium storage ist voll. Wir sollten mehr Storage Buildings konstruieren. komm ich mach mal ein bisschen mit ok FPS Drop so macht die Fahrt das gar nicht da würde ich mir so ne billige Verteidigung nicht haben okay gucken wir da unten nochmal sieht auch noch sehr gut aus jetzt hab ich aber ein bisschen auf die Klasse gekriegt ja 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 ja